Strecke war ja egal. Ok, wir fahren dieses Mal ein Grand Prix und die Regel nur mit Cards. Mal schauen wie wir uns zuschlagen. Ach du liebes bisschen. Oh weia, es geht grad so tierisch ab. So Leute, hier ist die Aufstellung, wir fahren jetzt ein Card. Einen normalen Grand Prix, hier sind die ganzen Leute, was wir fahren, danke wirklich recht herzlich an alle. Und noch ein Hinweis zu meinem 15 Abospecial. Cards. Würde es einem 30 Abospecial auch geben? Ne, ich mach, ja doch, 30, ne warte mal, was hab ich, 15, 30, 50, so was, 100. 15, 30, 50, 100. Das wird ein Special werden, also wer mich noch abonnieren will, der hat noch die Möglichkeit. Irgendwer ist wieder rausgeflogen? Ne, wir haben nur 11 Leute gehabt. Schon? Ok. Ne, am Ende hatten wir wieder 12. 1000, 30, 30. Es hat eine Frage bei der Karte. Einen ist rausgeflogen. Die Regel von... Manni! Hi! Ich hoffe es hat sich wieder jeder dran gehalten? Sieht gut aus, so weit zum Beispiel. Ich komm mit meinem E! Yay! Und mein E! Gibt Gas! Ja, und nicht ein paar Mal an. Ein Einer Bozo und ein Supercard. Au! Die Welt stinkt! Ey du stinkst! Nein! Günther! Ja was? Wow, wir müssen die Bombe! Du hast mich gerade auf den letzten Platz geschossen. Mit deiner Banane. So, ich glaube es hat sich jeder an die Regel gehalten, dass ich es gerade sehe. Ich bin der Erste! Ich bin der Lange! Ja klar, Bose fährt Bose zusammen, was geht denn hier ab? Danke! Ich wusste gar nicht, dass ein Bose so rein geht. Ich bin euch zu schlecht gefahren, also das kann ich noch aufholen. Das kann ich noch aufholen. Das kann ich aufholen. Guck mal, es kann vom 11. Platz vor auch sein. Nein! Nein! Scheiß Blumen! Wieso fahre ich in die Blumengiese rein? Woha, auf den Mittenplatz! Die erklauen wir Griechen Oster, bin der letzten Runde und bin der Letzte! Ich hasse euch! Ich hasse euch alle! Lalalalalala! Verdammt! Wer mit seinem Mie-Manschkerl auf den allerletzten Platz ist! Das ist ja so ein Gewinn! Was der? Wie ist das denn Kackgewinn? So! Das holt auf! Da hol ich jetzt nicht auf! Hopp! Hol ein paar Leute auf! Ich bin noch drinnen geworden! Ja! Ich hab noch jemanden, der ein Yoshi fährt! Mit der Banane getroffen! Uiuiuiuiuiuiuiui! Uiuiuiui! Fünfter! Kane ist nur Thechter geworden, was ist mit ihm falsch? Ich glaube, der ist Kart sich gewöhnt! Er ist Ding rausgegangen! Ne Freak ist er innen! Die Freak ist raus! Oder was? Entlich Freak! Halbiger! Wolle ist er mit Fernern ... Nein, er ist raus ... Ach, wollte er nicht mehr, oder? Er ist rausgeflogen. Der hat öfter, glaube ich, auch. Nee, Freddy ist schon wieder online. Warte mal, Freddy kann... Na, gucken wir mal, wieso er raus ist. Das erfahren wir später. Trotzdem danke fürs Mitfahren, Gifrick. So, wir nehmen jetzt die... Markus, bist du sicher, dass du die Stricken von mich hast? Ja, bin ich. Wir nehmen jetzt Donkey Kong Schikane. Nein, wir nehmen Regenbogen. Ich bin mir zu 100% sicher, dass ich die nehmen würde. Martin, Rennpiste, Fletterwald, Regenbogen, Rennpiste, Mauspiste, Kaskaden... Siehst, der Martin ist auch auf meiner Meinung. Ja, Martin, Martin. Ach nee, Rennpiste. Ihr mit eurer Rennpiste immer. Das ist doch schön. Rennpisten sind gut für Karts. Ja. Wir fahren im zweiten Rennen die Rennpiste und ich bin ja an dritter Stelle. Kann das ja glauben. Mann, Rennpiste wieder mal. Wieso nimmst du eigentlich nicht den Fassi Kong, Manu? Ich habe einen guten Start gehabt. So, ich krieg ein Kesseln. Ey, warum schießt der Erster? Lutzon, geh weg. Lutzon, geh weg. Ich schieße die Banane rauf. Geh weg. Nein! Weg. Ich neke nur ein bisschen doof. Oder aber nur für. Eine große Kurve. Nein! Danke, Victor, für den... für, dass du mir einen Blitz abgenommen hast. Matthias! Nein! Da liegt ein Stern. Da, da wird ein Stern getropt, jetzt gesehen. Ja, ich wollte mir nicht mehr, dann ist er einfach plötzlich verschwunden. Ja, weil wahrscheinlich wer die Nummer hat. Hahaha, das war jetzt geil. Aber ich bin jetzt leider zurückgerutscht. Jetzt haben wir gerade... Manni! Ja, ich habe ganz... Verlierst du nicht dein Item. Ey, du sollst nicht mit der Blume kuscheln. Du sollst... Ah, komm! Ich kann heute dritten. Ja! Yes! Ha! Der Blitz war gut, Künstler! Dankeschön! Ich habe einen Freund gehabt. Und fahr mal ein paar Leute zusammen lang. So, ich bin schon wieder dritter. Und ich sehe einen, ich sehe einen großen Schwenker. Hat die Klappe, Maru! Na, 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 na... Ja, Lutz, und du Hund. Nein! Nein! Nein. Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Me, 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 du... Ja, der Pablo war sehr gut. Ja, Mann. Wicke, geh weg. Oh, 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 guck, 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 guck! Mein Kätzchen! Hallo .... Ach, 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 es hat mich überholt. Och ne, ich fahr irgendwie nicht da, wo ich fahren soll. Mein Gädchen. Ach, ihr seid doch alle Schweine! Ich bin die Erste! Ich bin die Erste! Ich bin die Erste! Nein, nicht! Scheiß Tote! Scheiß Bombe! Aber packt ihr schon wieder in der Kurve und ihr habt nichts auch noch. Nee! Nein, Lass mich gewinnen! Komm, 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 komm! Mach! Mach! Zieh! 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 Ja! Superlord, Manu! Superlord, Manu! Alter! Ich war Dritter! Mach doch nichts! Das wird noch! Nein, irgendwie habe ich mich als Dritter mit einem Sternzahn gefahren. Aber bist du mit einem Sternzahn gefahren? Ja, mit einem Stern. Ich war nämlich Dritter vor der Zühlchen. Ach, dann bin ich eh nicht, wenn ich über einen Kugelwilli gehabt. Der war mir schon wurscht, da bin ich eh schon zusammen geworden. Seid's froh, dass ich nicht letzter war! Voll! Bist du letzter geworden? Ja! Oh! Ich bin wirklich drei Meter vor der Zühlchen mit einem Stern abgeknallt worden. Und was bin ich geworden? Manu vom ersten Blatt auf den dritten Blatt auf den neunten Blatt. Nein, auf den sienten. Aber ich bin einfach zu blöd gefahren. Zweimal an die Pflanze auch nicht. Das erinnert mich an etwas ganz Bestimmtes, Manu. Mach es haben! Das erinnert mich an eine Szene, die man früher schon mal gehabt hat, nur dass ich das Opfer war. Das war jetzt ziemlich fies. Dafür kommt jetzt meine Strecke. Ja, dann kommt schon keiner. Hast du Glück? In die dritten Strecke? Ja, wo ist denn sonst nicht geworden? Was? Ich will jetzt noch was reißen, auch wenn ich da drauf gehen muss. Bist du da schon sicher? Ihr mag das nicht. Ich meine, Frän Kater. Ich meine, aber du wirst ja das. Nein! Nein! Ihr seid sowas von fies! Erstens schnappt ihr mir eine Einstück weg und dann schubft mich einer zur Ding-Rampe. So, Martin, geh weg, weil Martin Kofner mag ich jetzt gar nicht. Ich könnte dich so erschlagen, Manu! Nein! Luzon! Du bist mir ein Stern von Stemz! Wer? War ich? Der Luzon! Das war ein Freak-y-Farm! Ach, das warst du! Ich fahre jetzt weiter! Jeder hasst mich, aber so war es ... Nee! Jetzt bin ich gleich vom Zweite ... Das war ein Hochsprung des Jahrhunderts! Boah, ich habe die Abkürzung geschafft, aber ich habe es nicht geschlossen. Das war jetzt nicht gut. Zeig ich dein Kästchen. Ah, okay, ich habe ein Kästchen der Milch wieder. Merk's! Heute ist nicht mein Tag, heute ist nicht mein Tag. Jawohl, es ist gleich mein Fragezeichen eingeknallt. So, fragen wir mal, was für items wir haben. Mann, komm, gerade wo ich jetzt die Banane werfen wollte. Nein, ey, nein, ihr hasst mich ab. Ah, ah, ah. Ich habe die Abkürzung als Kleiner, was ist denn jetzt falsch? Was? Ich bin rübergekommen als Kleiner als Abkürzung. Wenn man denkt, das geht nicht. Ich habe es gerade geschafft. Okay, vielleicht geht es doch. Und ich tröste... Ach Mist, verdammt! Ja, genau! Das waren meine Grünen. Und ich weiß so gerne eine Runde um die Runden und wir trösten alle wieder mit. Boah, ich fahr gerade so ein Schein. Ich tröste immer weiter mehr. Immer mehr, 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 mehr. Mann, du blöder Kugelwille bist doch zu dumm zu allem. Ich tröste, was das Zeug noch hält. Ja. Ja, ja. Wollte einmal zweit. Und ich kann nicht die Abkürzung nehmen, weil ich scheiße bin. Wollte immer wieder rein. Dankeschön. Wir haben den habe ich getroffen. Das sind nicht doch richtig gut. Und ich bin abgewürzt worden. Ach ja. Und der Loser ist von mir mal wieder. Du bist kein Bier. Du bist kein Bier. Aber ich bin noch später geworden. Dankeschön. Damit ich erster werde. Aber was hilft mir. Nein! Scheiße! Nein! Nein! Ich habe es dir gut gemacht. Aber leider bin ich ja wieder vor der Tiefen ein geholt worden. Nein! Das war ja die letzte Runde und ich sehe gar nicht so gut. Nein, das haben wir der Manu überholt. Jawohl! Jawohl! Jetzt bin ich wieder weiter vorne. Oh, jetzt bin ich wieder vierter. Du bist einen Punkt vor mir. Ich kann nicht wegwerfen. Das letzte Rennen entscheidet. Boah, das ist ein knapp und punktisch. Schaut euch das an, bitte, Leute. Rachnex wäre der Letzter, ich werde Erster, dann habe ich noch Chance auf dem Radnächst zu überprüfen. Komm, lasst mir alle den ersten Platz, das wäre fair und gerecht. Ah ja, genau, Günther und Markus und Luzern ist mit mir in Skype, das habe ich gerade vergessen, aber wir sind eh schon im dritten. Komm, Uli. Vierten? Eigentlich. Das ist der dritte. Vierte? Das gibt es nicht, wir haben einen Funny-Con, Grino. Nein, die dritte Strecke, die vierte Strecke kommt jetzt. Ja, du fängst mich nicht raus. Jo. Die Strecke, die vielleicht leicht ist. Wer ist rausgeflogen? Das ist ja einer Nummer zu 10. Wer ist rausgeflogen? Vielleicht geht's doch. Sehr gut, der ist nicht der erste. Wer ist rausgeflogen? Keine Ahnung. Blätterwald! Was habe ich euch genommen? Blätterwald, oder? Ja, ich bin die letzte Strecke. Zum Schluss noch zum grönenden Abschluss im Blätterwald. Was bin ich im Blätterwald? Passt ja gut zur Jahreszeit jetzt. Stimmt. Und darum fahren wir mal die Strecke. Ja, man entscheidet jetzt den ersten Platz, der erste Strecke. Und ja, der muss das noch sein. Das war der Haupt. Ja, der muss sicher nicht sein. Das ist also, ich habe einen alten Namen. Sternkosbis. Als wieder erster. Aktien einmal stehen, bitte. Fest, Markus. Ach scheiße. Gott, da, ich hasse dich. Ich hasse dich irgendwann. Markus, habe ich zusammengefahren? Ja. Ja. Das ist meine Bomber. Nein. Bitte. Schau, ich bin auf dem fünften Platz. Das ist cool, das ist geil. Aber dennoch nicht geil genug. Und ich... Ey, das darf doch nicht wahr sein. What the fuck, ich bin dritter. Wie gibt's denn das? Ich bin zweiter. So. Ja, so. Rache ist süß. Du bist ja der Traktor, was mich nämlich... Kannst du drei Rot, kannst abwehren? Und dann lass den Kacktum klein nicht. Nicht, nehm mal ab! Das gibt's ja nicht. Ja, von vorne auch noch. Was soll das? Das war nicht ich. Das war nicht der Lose, das war ich. Ja, aber ich habe mich mit den Grünen getroffen. Nein. Warte, der Rote, der Rot kommt hier durch. Das gibt's auch nicht mehr. Und ich will natürlich ein Geschenk, genau. Ja, jetzt, ja, jetzt gibt's gleich. Vielen Dank für die tausend Roten. Danke. Und, ähm... Gern geschehen! Wuh! Luzern hat das angefangen mit Grünen, dann hat Günter... Nein! Welcher Hund war das? Ja, klar! Ich will sagen... Einer erster! Eine Sekunde erster! Was ist denn? Jetzt hau ab noch schwer. Ich bin letzter! Ich bin letzter! Nein! Guck mal, du weißt, wie ich hinten bin! Ja! Sonst geht's euch noch gut, oder was? Boah, bin ich weit hinten, ey! Ich hasse euch alle! Ich hasse euch alle! Ich hasse euch momentan alle so sehr! Wenn mal eine Sekunde... Ja, sicher! Und jetzt der Blitz auch noch! Warte! Du wirst nicht lange leben! 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 Leck mich! Ja, Jack! Oh, kein Item ist ja klar! Ist ja klar! Ich hab drei Güte! Hi, Manu! Da kommt noch auf und dann ist es genau. Warte, ist nichts egal! Jaaaa! Jaaa! Ihr seid doch alle... Manu, wie, spinnst du?! Fadon! Der weist! Der schmeißt bei einer Ansehnung! Wer denn? Ich ruhe mit mir! Ich ruhe mit mir! Ich ruhe mit mir! Ich ruhe mit mir! Hau mal runter! Ja, danke da! Ich ruhe mit! Nein! 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 Ach wie geil, was denn jetzt ist? Alter! So ein Mist! So ein Mist! Der Fleur ist rausgeflogen, jetzt weiß es. Einen Punkt hätten wir auf den vierten Platz gewicht. Nein! So ein Mist! Scheiße!